Ein Wort für die Politiker der heutigen Zeit. Es ist von dem König David aus der Bibel. Die letzten Worte des großen Königs David, des Königs von Israel, der König, der ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Ich zitiere aus der Bibel. Es hat gesprochen der Gott Israels, der Fels Israels hat zu mir geredet. Wer gerecht herrscht über die Menschen, wer in der Furcht Gottes herrscht, der ist wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufstrahlt, eines Morgens ohne Wolken. Von ihrem Glanz nach dem Regen spross das Grün aus der Erde. Aber die Verruchten sind allesamt wie Dornengestrüpp, das verweht wird. Denn mit der Hand fasst man es nicht an. Und der Mann, der es anfassen will, wappnet sich mit Eisen und Speerschaft. Und mit Feuer wird es gründlich verbrannt an seiner Stätte. Wir finden dieses Zitat in der Bibel, im zweiten Buch des Propheten Samuel, im Kapitel 23, die Verse 3, 4 und 6.